Glück auf und mal wieder herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Singleplayer Ja, ich habe eigentlich gerade nichts zu sagen, weil ich selbst nicht mehr weiß, was wir eigentlich wann, wo, wie gemacht hatten Und was wir noch wann, wo, wie machen müssen Also hier unten sollte... weiss ich nicht mehr Ich wisse überhaupt nicht, ich habe momentan so ein bisschen Probleme beim Einrichten Hier fehlt noch das Ding, okay, hier auf die andere Seite kommt dann das Schlafzimmer Da machen wir... hm Ja, Quarz, ganz nice Gehen wir nochmal... na, ne, 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 ne Ne, das sehe ich gar nicht ein Ja, gehen wir nochmal schnell hier schlafen Oh, mir liegt es im Auge So, ähm Was könnte man für das Bett nehmen, wo man das so drauf packt? Hm. Könnte es einrahmen. Brauche ich noch ein bisschen Weißen, gefärbten Tone. Aber wir können das natürlich auch hier hin und da hin. Zack, 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 zack. Und da kommt dann das Bett hin, genau. So, jetzt brauchen wir natürlich zwei Betten. Eins. So, wartet mal kurz. Und da bin ich auch schon wieder. Ich muss nur kurz Fernseher ausmachen. Nicht, dass man das noch im Hintergrund hört. So, wir haben ein Eisengeschwert. Ja, da hatten wir noch Eisen oder so. Was ist hier drin? Eisen, zwei. Wow. Wow, wir haben sieben Eisen. Ach da, hier haben wir noch Eisen. So. Haben wir hier eine Schere. Ich weiß, wir haben eine Schere, nur ich sehe sie wird da nicht. Eisen. Haben wir schon einen Bogen? Nein. Eine Angel. Da könnte man eigentlich einen Bogen angeln. Hm. Wir brauchen jetzt erst mal drei Eiwolle. So. 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 Jetzt brauchen wir Schaf. Hühnerpool. Da krabben wir uns noch drunter dann, dass wir dann die Eier einsammeln. So. Eine natürliche, automatische Eierfarm. Hühnerfarm, Eierfarm. Alles gleich. Wüste. Huhn. Noch ein Huhn. Und noch ein Huhn. Und noch ein Huhn. Und noch ein Huhn. Und noch ein Huhn. Ich brauche keine Hühnäre. Ich brauche Schafe. Hier ist eine Pferde. Und sogar zwei Pferde. Ich mag Pferde. Hier sind eine ganze viele Hühnäre. Grazil wie eine nordafrikanische Bergziege. Springen wir durch das Terrain. Und das war schon das erste Opfer. Jetzt wie ein östatlantischer. Klifftiger. Keine Ahnung. Und da. Scheiße hat nicht geklappt. Kommen wir nicht bis hoch. Soviel zum nordatlantischen Klifftiger. Ja. Lang geangelt wie Tatsachen. Aus dem Hinterhalt. Hat nicht geklappt. Wir sind zu doof. Naja. Wir hatten da wieder Augen wie ein südwestsibirischer Adler. Naja. So ist das. Wollen wir nur hoffen, dass uns keine ostsibirische Flugnacht dabei ist. Weil dann bist du am Arsch. Bist du innerhalb von zwei Sekunden weg. Innerhalb von zwei Sekunden. Auto du kommst von da. Weil dann bist du immun dagegen. Warum auch immer. Ich weiß nicht was die gemacht haben. So ist das halt. Ich will immer auf Tab drücken. Um zu gucken wie viele Spiele online sind. Es ist eine Singleplayer Welt. Lernen es. Lernen es. Oh ich bin so doof. Oh ich bin so doof. Ich hatte noch etwas geplant. Was ich gleich ansagen werde. Und zwar. Dafür brauchen wir das Eisen. Habe ich mir gedacht. Wir. Machen mal die Monster an. Und dazu brauchen wir auch eine. Rüstung. Rüstung. So. So. Eine Rüstung. So. Was brauchen wir noch. Okay. Am besten. Aha. Schwert das mit Level 30 dann. So jetzt haben wir uns das zweite Bett. Aus Birkenhals. So. Ähm. Ja. Ich habe gerade nicht so richtig ein Thema parat. Ähm. So. 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 Und. Kann man da Fackeln draufsetzen. Ja. Geht. Gut. So. Hier kommt dann an. Und das Dach nochmal ein Lamp. Also ein richtiger. Lamp. Lamp. Lampukistan. 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 Ja. Lampukistan. So. Da haben wir das hier oben schon mal. Geritzt. So. Da müssen wir eigentlich nochmal runter in die Mine. Und ein bisschen. Ähm. Dings holen. Dings wisst ihr schon. Ihr müsst wissen was Dings ist. Also wenn ihr nicht wisst was Dings ist. Bin ich echt enttäuscht von euch. Aber richtig enttäuscht. Was sieht eigentlich im Keller aus. Ja. Keller ist soweit ausgebaut. Wollten die hier noch eine Treppe hin machen oder nicht. Äh. Ich könnte ja auch Fackeltaktik machen. Aber. Das wäre ja zu einfach. Jetzt muss da wieder Sand drauf. Dieser Sand. Hier. Diese Dorfbewohner. Ich gehe nicht auf den. Nüschel. Ja. Ist ja gut. Bei mir dürfte er aber nicht rein. Ich hoffe das ist euch klar. Ist doch nicht beim Pferd gewesen. Das ist ja gut. Das. 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 Ja. Einwandfrei ist das. Ah. Einwandfrei. Nein. Unsere Rüstung wurde beschädigt. Nein. So. So. Wir holen uns jetzt erstmal das restliche. Oder warte mal. Wir könnten erstmal das Haus fertig machen. Oben noch blaues Glas rein. So. Dann geht das schon. So. Das ist einfach nur so ein derbe improvisiertes Haus. Blaues Glas. Das hat ja fast nur für mein Schlafzimmer gereicht. Das hat nur. Nicht immer für mein Schlafzimmer gereicht. Kann man das eigentlich nochmal färben? Haben wir noch Lapis? Das muss ich jetzt testen. Ob das auch geht. weiter mit. Mit daher noch nähe. Geht nicht okay. Nein. 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 Dann brauchen wir nochmal... die bauchschmerzen kohle wegzutun wir müssen noch mal da müssen wir noch mal stricken eingehen das wäre nicht schlicht die hier nehmen wir mal mit weil wir ja dings brauchen das brauchen wir nicht sollten wir da unten ich weiß jetzt nicht ich müsste eigentlich erst das dach bauen das 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 So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so. So, so, so. 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 So. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. 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 So.